Hallo und Willkommen zu die richtige, echte Wahrheit. Das war jetzt die Sendung neu. Wir, das sind ich, Naim Rashidi, oder einfach kurz gesagt mit meinem Spitznamen Ike und mein Co-Moderator Stop Spamming. Kann man dich noch Stop Spamming 1 nennen oder nicht? Ich weiß nicht. Sollte man das? Ist das korrekt? Ich weiß es nicht. Ich leide ja unter mehrfacher, wie sagt man denn, Schizophenie. Du bist super Schizophen, ja. Ich habe so viele Hüte auf und so viele Identitäten und so viele alles, weil es ist ja alles mit Google zusammen. Heute habe ich einen Anti-Google-Tag, wie mir scheint. Also wenn das nicht klappt, dann bin ich jetzt sowieso weg von YouTube und dem ganzen Scheiß. weil ich weiß nicht, ob das geht, dass man diese ganzen Produkte benutzt, ohne eine echte Telefonnummer zu haben. Also wer ich bin, weiß ich nicht. Ich bin hier in der Sendung, bin ich der gute Dr. Käse, Stefan Käse und wer bin, keine Ahnung, wer ich bin. Wer ist Dr. Stefan Käse? Dr. Stefan Käse hat einen Lehrstuhl aus dem Königreich Tongo und für theologische Märchen, nur so als Hintergrundinformation. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, über den Islam zu informieren. Warum der Islam? Wir denken, das Christentum und das Judentum wird eigentlich generell schon zu Genüge behandelt im deutschsprachigen Raum und über den Islam wird eher weniger geredet. Es werden immer wieder Talkrunden auf die Beine gestellt im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen etc., die zwar angeblich ein Kleid über den Islam, ein Kleid sich anziehen und sagen, sie reden über den Islam, aber sie tun das eigentlich eher nicht, sondern sie reden immer mit Menschen über ihre eigenen Vorstellungen, über andere Muslime. Ja, weil die das ohne dich machen. Weil die das ohne dich machen, ja, das kommt noch dazu. Und eben das ist unser Ziel, dass wir Informationen weitergeben, die den Islam, also die Ideologie dahinter, die Religion dahinter und die Politik dahinter, etwas behandeln. Wir selben sind Atheisten und glauben nicht an so Zeugs wie Götter. Dazu dann später mehr von Dr. Stefan Kees. Bei uns kann man dann mitmachen. Ihr seht schon den oberen Link live.die-gottlosen.ca. Das ist einfach, wenn ihr zugucken wollt, könnt ihr das da auf YouTube machen. Wenn ihr aber wirklich interaktiv mitreden wollt, akustisch mitreden wollt, benutzt bitte den unteren Link und dann kommt ihr direkt in die Sendung hier hinein und könnt uns mitteilen, was stimmt, was haben wir falsch gemacht oder was ihr interessant findet und worauf ihr vielleicht noch aufmerksam machen wollt und, und, und. Am liebsten wäre es uns, wenn Muslime mitmachen. Unsere Sendung fängt immer damit an mit den Definitionen, die dann der Dr. Stefan Kees noch auf die Beine stellt und danach ein spezifisches Thema. Heute behandeln wir Mythologie und Islam, aber ein bisschen, wir holen ein bisschen weiter aus. Wir gehen zurück zum Gilgamesch-Epos und gehen diesen ganzen Epos in zwei, drei Sendungen durch und heute mal die allgemeine Erklärung, was das Gilgamesch-Epos ist und ein bisschen Hintergrund zu Mesopotamien und die erste Tafel werde ich erläutern. Jetzt wird uns Dr. Stefan Kees sagen, wieso er ein anti-islamischer, anti-muslimischer, wo er ein Islamophob ist und wieso er Atheist ist, wieso es aber Atheismus gar nicht gibt als solches und was er unter dem Wort Islam alles verstecken will. Okay. Also übrigens, den Doktor habe ich mir zugelegt, nachdem mein Lieblings-Apologet, der Hamza-Zorze, so, jetzt hatte ich gerade den Blog, der hat ja mal ein Video gemacht, wo er dem Dr. Meier, Pisi Meyers, nee Meyers heißt er, in Irland aufgelauert hat und hat ihn dann immer gefragt, sind sie wirklich ein Doktor, sind sie wirklich ein Doktor, sind sie wirklich Professor, sind sie wirklich Professor Dr. Meyers? Das heißt also, sehr viele Apologeten sind titelhörig. Das heißt, für die ist jeder, der einen Doktortitel hat, eine Autorität und deswegen habe ich mir den zugelegt, einfach nur aus Quatsch, um die zu verarschen. Das ist also eine reine Persiflage. So, ich bin aber jemand, der nicht an Götter glaubt, ich bin, Drachen haben wir jetzt ja gefunden, nee, die gibt es ja jetzt, das war ja jetzt das große wissenschaftliche Thema letzte Woche, es sind Drachen gefunden worden. Es sind nicht wirklich Drachen, also jetzt mal gleich vorweg, es gibt immer noch keine Drachen, aber die haben das so genannt, weil man... Muss ich jetzt das Bild löschen oder kann ich es noch lassen? Ganzes lassen, weil aus der Mythologie sind ja Drachen wohl bekannt. Es gibt ganze Filme, es gibt Lieder, es gibt ganze Bücher über Drachen. Trotzdem gibt es keinen Beweis und noch nicht mal einen Hinweis, dass es Drachen, also diese fliegenden, feuerspeienden Monster, tatsächlich irgendwo gibt. Und deswegen glaube ich nicht, dass es Drachen gibt. Ich bin also ein A-Drachenist, laut dieser ganzen Wort-Definition-Spielerei. Ich bin aber auch jemand, der nicht glaubt, dass es Götter gibt. Und deswegen machen jetzt die Menschen, die einen Götterglauben haben, also Mensch plus Götterglaube ist gleich T ist, aus mir ein Mensch und nichts, machen die trotzdem einen Atheisten. Eigentlich ist dieses Wort sinnlos, genauso wie es keinen A-Rassisten gibt oder diese ganzen anderen Sachen. Deswegen tue ich aber trotzdem so, als ob dieses Wort irgendeinen Sinn ergibt und bezeichne mich selber als A-T ist, obwohl das völlig Blödsinn ist. Ganz konfus wird es dann, wenn die Leute ankommen und sagen, ich praktiziere das Nichtglauben. Wie man ein Nichtglauben oder ein Unglauben praktizieren kann, das weiß ich nicht, aber sie kommen dann und nennen das Ganze auch noch Atheismus. Und der Ismus ist ja etwas, was immer bedingt eine Aktion, ein Ziel, ein Folgen einer Doktrin und so weiter. Und das gibt es ja nun wirklich nicht. Aber trotzdem, ich bin halt bereit, obwohl, meine Güte, ich bin im 21. Jahrhundert und trotzdem gibt es Leute, die, bevor sie sagen, ich halte jetzt eine Rede über den Neoklassikismus, wo sie sagen, Alhamdulillah und mein Gott ist derjenige und wenn ich etwas falsch sage, ist das mein Fehler, aber nicht der Fehler von Gott und ich hoffe, dass jetzt Gott mit mir zufrieden ist. Meine Güte, wir sind im 21. Jahrhundert und trotzdem gibt es noch Leute, die das machen. Das kapiere ich nicht. Du sagst, du bist im 21. Jahrhundert, dann bist du einer dieser New Atheism-Typen, also Neu-Atheisten. Ja, aber nur diese Neu-Atheisten, die hat es schon seit ungefähr 80.000 Jahren gegeben. Weil genauso lange, wie es Göttergläubige gibt, gibt es Götterungläubige, die nicht an diese Götter glauben. Nur, damals sind sie alle umgebracht worden, deswegen ist das einfach totgeschwiegen worden, weil den Leuten gesagt worden ist, der Unglaube ist Frewe, ist eine Sünde und deswegen darf es das nicht geben. Also hat man die Vorsichtshalber schon mal umgebracht. Wie man das heute jetzt ja im Islam macht, wenn man nicht gewillt ist, beizutreten in dem Club und nicht gewillt ist, Steuern zu zahlen und Sonderabgaben für Ungläubige, nicht Steuern wie in einem normalen Staat, sondern Ungläubigen steuern und nicht gewillt ist, sich unterzuordnen, den Übermenschen, dann muss man halt umgebracht werden. Und das übernimmt dann nicht ein Gott, das heißt also, nicht der Gott ist derjenige, gegen den sich mein Frevel richtet, sondern gegen die, die ganz doll daran glaubt, dass es Götter gibt. Und das ist das Wahnwitzige in diesem ganzen System, dass die Menschen sich aufspielen als Götterboten und als Götterversteher und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, als Götterdetektoren. Weil Götter sind ja nicht erfassbar. Ich kann ja keinen Gott irgendwie messen oder sonst irgendwie wahrnehmen, aber die sind in der Lage, das zu tun. Das sind also die Spezialisten in der Detektion von Göttern, was ich nicht kann. So, das heißt, ich mache das nicht, tu das nicht, ich bin das nicht. Das heißt aber nicht, dass ich dann automatisch was anderes glaube. Nein, jeder Ungläubige ist völlig anders. Und mir ist es scheißegal, ob die Evolutionstheorie die richtige Theorie ist oder die falsche Theorie ist oder ob da Wahrheit dabei ist oder ob die vollkommen falsch ist. Das ist mir so schnurzpiep egal, ob eine von Menschen gemachte Theorie den Tatsachen entspricht oder nicht. Es hat keinen Einfluss darauf, ob ich an Götter glaube, weil eine Evolutionstheorie ist Biologie. Das hat was mit der Wissenschaft zu tun. Und Wissenschaft ist das Gegenteil von Religion, von Doktrinen, von Ideologien. Das gibt es in der Wissenschaft nicht. Und wir reden über den Islam, das ist der Gegensatz von einer Wissenschaft. Wissenschaft ist präzise, exakt, ist auf Fakten basiert, ist messbar, ist darstellbar, ist nachvollziehbar, basiert auf Daten, Fakten, Experimenten. Und Islam ist genau das Gegenteil. Da gibt es keine Daten, da gibt es keine Fakten. Da muss nichts stimmen. Da kann man einfach sagen, Ameisen können mit Menschen sprechen und ein Stück Steak, wenn man das einer Leiche um die Ohren haut, dann steht die wieder auf. Das ist alles möglich. Da gibt es fliegende Esel, da gibt es alles Mögliche. Alles geht, weil es eben nicht auf Fakten oder auf irgendwelchen nachvollziehbaren Daten basiert. Und wir gucken uns das eben an, wo kommt das Ganze her. Das heißt, wir betrachten das Ganze historisch. Wir gucken uns das Ganze basierend auf den Texten an und wir gucken uns das Ganze an, wie leben die Menschen nach diesen Doktrinen. Und da haben wir festgestellt, dass der Islam in erster Linie politisch ist. Das heißt, das Ziel des Islam ist die Einführung der Scharia. Das heißt also, ein legal auf den Wünschen eines Gottes basierendes System. Also ein Staat, eine Nation, in der alle im Islam, also dem Frieden des Islam, weil Frieden im Islam ist nicht der Frieden, wie wir ihn verstehen, also in Abwesenheit von Zerstörung, Tod und Leid, sondern im Islam ist der Frieden das gemeinsame Sich-Unterwerfen eines gemeinsamen Gottes. Und wenn man das tut, das ist dann equal, ist gleich Frieden. Das hat also mit dem Frieden, wie wir das definieren, nichts zu tun, sondern es ist eine ganz eigene Form des Friedens. Und also ist der Islam eine politische Ideologie, die versucht, die Gesellschaft auf eine Form der Scharia, der Gesetze, naja, Scharia gibt ja keine einfache Form, sondern auf die jeweilige Interpretation dieser Region von diesen Gesetzen einzustimmen. Und das ist dann der Islam. Jetzt besteht er aber im Zentrum aus einem Gott, also einem Wesen, was nicht existiert, was ein Buch geschrieben hat. Naja, nicht wirklich. Denn Menschen haben das Buch geschrieben und haben dann hinterher gesagt, aber die Wörter kommen von einem Gott. Kann man das nachprüfen? Nein. Also nimmt man einfach diese Wörter, die angeblich von einem Gott schammen, schreibt die in ein Buch und sagt dann so, das ist jetzt unsere Doktrin und danach müssen wir leben. Und daraus ergibt sich dann die Ideologie, das heißt also, das, was die Menschen tun, die ganzen Rituale, also dieses Fünfmal am Tag auf den Boden werfen und sich runterknien und bla 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 machen und links und rechts gucken, die Engelchen begrüßen und sowas alles. Jawohl, ich mache es lächerlich, weil es lächerlich ist. Es gibt keine Engel. Und trotzdem muss jeder Muslim glauben, es ist Teil dieser Future, dass eben Engel existieren. Man muss akzeptieren, dass es einen Gott gibt, man muss akzeptieren, dass es Mohammed gibt, man muss akzeptieren, dass Beten wichtig ist, dass es Engel gibt, dass man fasten muss, ja nicht fasten, man lässt das Mittagessen aus für einen Monat. Und dass man eben auf Hatsch geht, das heißt, der Gott möchte, und das muss jeder Muslim glauben, dass sein Gott möchte, dass er einmal um einen alten Heidentempel rumläuft, siebenmal um diesen Tempel rumläuft, der aus den Alpen viel Götterverehrungen stammt. Und das ist eben das, was Eich so richtig super erklärt, wo kommt das eigentlich historisch alles her, worauf basieren eigentlich diese Rituale, woher kommt eigentlich dieser Glaube an Moses und Noah und solche Sachen. Und da findet man halt die Ursprünge in der Geschichte. Und das finde ich ganz super, dass das nicht nur sich den Koran eingezogen hat und den Satz für Satz und Wort für Wort erklärt hat, sondern jetzt auch noch historisch guckt, wo kommt das eigentlich alles her. Jetzt habe ich die Fäßen, den Trommelwirbel einzuspielen. Es gibt doch hier bei Google diesen Trommelwirbel, den man da einspielen kann. Ich habe aber eine Frage und zwar zu den Engeln. Was entgegnest du Menschen, die sagen, ich fühle die Engel auf meinen Schultern? Naja, gut. Es gibt ja im Gehirn ziemlich viele idiotische Sachen. Das heißt also, ich kann ein stehendes Bild so malen, dass das Gehirn denkt, es bewegt sich. Ich kann dem Gehirn Töne vorspielen, sodass es denkt, es hört eine ganze Melodie und es hört ganze Wörter, obwohl da gar keine Wörter sind. Es gibt Leute, die hören einen Hund, sagen ich liebe dich, obwohl der Hund einfach wow, wow sagt. Das heißt also, die Menschen merken, fühlen, spüren, hören, schmecken, weiß ich was, das, was sie möchten. Und deswegen gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, ich bin von Außerirdischen entführt worden, die haben an mir sexuelle Experimente gemacht und weiß ich was alles. Da kommen sagenhafte Sachen raus und das fühlen die. Und das ist tatsächlich so, dass diese Leute sagen, jawohl, genau das ist mit mir passiert. Das heißt, diese ganze wortwörtliche Übertragung von Sätzen ist fehlerbehaftet. Also, gut, im Großen und Ganzen kann ich dir beipflichten, aber das Mischka, dieser Husky, dieser berühmte Husky auf YouTube, ich höre das phonetisch schon auch heraus, dass der ah ja, wie du sagst. Ja, klar, weil man eben so getriggert ist. Wenn man es vorher nicht weiß, dann hört man es nicht. Es gibt ja ein ganz tolles Experiment. Es gibt ja so ein Kauderwelsch, da wird ein ganzer Satz gesagt, und dann heißt es, das ist der Teufel. Und dann fragt man die Leute, was sagt der, der Teufel? Kein Mensch weiß es. Und dann sagt man denen, der sagt aber dadadadadadada. Und brummt verstehen alle Menschen genau das. Weil das eine Konditionierung des Gehirns ist, was die Leute glauben ist, dass es tatsächlich so ist. Ist es aber gar nicht. Also beim Hund stimme ich mit dir nicht übereinigt. Ich denke, der sagt tatsächlich eigentlich, I love you. Er kann das wirklich. Aber so ist es halt. Deswegen kann man, es ist wahnsinnig schwer in meinen Augen, hier irgendwie Menschen in irgendeiner Form zu verdammen. Das heißt also, wir haben eine Situation, dass wirklich die meisten Muslime ja besser sind als ihr Gott. Da habe ich keine schlaflosen Nächte, da kümmere ich mich drum. Das sind ganz normale, liebe, nette Menschen. Mit denen gehe ich abends aus, mit denen arbeite ich tagsüber zusammen. Da gehe ich am Wochenende mit Wasserski fahren oder weiß Gott was. Da ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist nur, dass die Mehrheit dieser Muslime, die besser sind als ihr Gott, nicht automatisch bedingt, dass die anderen dann wegfallen. Sondern die gibt es immer noch. Und bei einer Menge von anderthalb Milliarden Muslimen ist eine Prozentzahl von zehn Prozent verdammt viel. Das heißt, wir haben circa 150 Millionen radikale Militante Muslime auf diesem Planeten. Wir hatten jetzt wieder, in Indonesien ist ein Pärchen verhaftet worden und die sind beide ausgepeitscht worden. Im 21. Jahrhundert. Was für eine Freveltat haben die begangen? Naja, sie sind über den Strand gegangen mit nur einem halben Meter Abstand voneinander. Und sonst war keiner dabei. Die hatten also keinen Aufpasser, sondern nur ein Mann und eine Frau gehen über den Strand und sind nicht verheiratet. Das war die, das war die, 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 was war das für ein Crime? Die Straftat. Die Straftat war also, dass die zusammen mit weniger als einem Meter Abstand über den Strand gegangen sind, ohne dass ein Aufpasser dabei war. Die sind verhaftet worden und ausgepeitscht worden. So, das ist, das ist jetzt die Tatsache, die wir heute haben. Und das passt nicht ins 21. Jahrhundert. Und wir haben sehr viele Leute, die den Islam eben so auslegen, dass die sagen, es muss jeder an diesen Gott glauben. Und wer nicht an diesen Gott glauben tut, muss bestraft werden. Und deswegen werden Leute verhaftet, die werden getötet, weil sie eben nicht daran glauben. Und das ist, das ist das Problem, was wir haben. Das heißt, die einen, die machen das, denen ist das egal. Und die anderen sagen, nein, es darf keiner den Islam verlassen, weil das ja Verrat, Landesverrat ist. Da kommen wir dann auch wieder auf diesen politischen Islam zurück, weil die das als Landesverrat betrachten. Gut, wir schauen uns da heute, diese Woche nicht jetzt das Politische an, sondern mehr das Mythologische, das Legendäre. Das Historische. Angeblich. Das Historische. Nein, es ist ja nicht wirklich historisch. Es ist einfach eine Erzählung, die man halt glauben kann oder nicht. Das Gilgamesch-Epos. George Smith, gestorben 1876, entzifferte die erste Gilgamesch-Epos-Tafel. Ich glaube, zufällig war das auch die gleiche Geschichte, also die Flutlegende, die man dann in der Bibel findet. Aber ganz kurz, für die Leute, die es nicht wissen, wir reden hier über 6.000 Jahre alte Tafeln. Wir reden hier über Tafeln, die aus dem heutigen Irak stammen, aus der ersten uns bekannten Zivilisation. Das kommt ja alles jetzt. Ach so, ich dachte, du setzt es voraus, was du schon mal gesagt hast. Eine kurze Einleitung und halten die erste Tafel. Also er hatte, dieser George Smith hat die erste Gilgamesch-Epos-Tafel einfach entziffern können. Und es wird gesagt, dass er so aufgeregt war über seine Entdeckung, dass er sich anfing zu entkleiden. Das mache ich auch, wenn ich aufgeregt bin. Wenn Gilgamesch gelebt hat, dann in Uruk, Mitte des dritten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung. Also sprich etwa vor 5.000 Jahren. Also zwischen 5.000 und 4.500 Jahren. Es ist anzunehmen, dass er eine historische Person war, da er als Sohn des Stadterbauers Uruks, also des Lugalbandas und die beiden, und beide sind in den akkadischen und sumerischen Königslisten aufgelistet. Dagegen spricht aber auch ihr beide angegebenes Alter. Gilgamesch soll über 120 Jahre alt geworden sein. Ist jetzt nicht wirklich unrealistisch, aber eher unwahrscheinlich zu der Zeit. Sein Vater ist aber sogar über 1200 Jahre alt geworden. Es ist eine merkwürdige Eigenheit, dass je weiter man diese Königslisten zurückverfolgt, je weiter diese Listen gehen, desto älter werden die meisten Könige. So sind die ersten aufgelisteten Könige mehrere Zehntausende Jahre alt. Wie sich das erklärt, weiß man nicht genau. Persönlich vermute ich einfach, dass irgendwann die Mathematik anders gehandhabt wurde, von vorherigen Schreiben und diese nicht verstanden wurde und dann halt einfach falsch berechnet wurde. Dass irgendwelche Tage vielleicht als Tage gleich benannt wurden, aber eigentlich etwas anderes bedeuten und so Sachen. Und später wurden dann die Zahlen anders interpretiert, ganz einfach. Heute, also heute, ab einer gewissen Zeit, denke ich, hat man dann einen gewissen Standard gefunden und so findet man dann auch immer realistischere Lebenszeitalter, die dann notiert wurden. Die unwahrscheinlichste Erklärung wäre noch, die vom verstorbenen Zachariah Sitchin und dessen heutigen Anhänger, dass die ersten Könige echte Hybrid-Humanoide waren, die von einer Blutlinie abstammen, von den Demigöttern, den Anunnaki. Die gleichen Mythen findet man auch in der Bibel, also so neu ist das überhaupt nicht, als die Söhne Gottes sich mit den Menschen vermelten und allerlei Monster entstanden, Riesen und Gottmenschen sozusagen. Und auch sehr Ähnliches findet man bei den Griechen. Also das ist nicht allein beschränkt auf den mesopotamischen Raum. Der mesopotamische Raum, damit man das versteht, heißt einfach auf griechisch Land zwischen beiden Flüssen. Und die zwei Flüsse sind gemeint, der Tigris und der Euphrat. Das war eigentlich wirklich der Teil. Das fängt an bei dem heutigen Südtürkei, geht über Syrien bis dann in den Irak, bis zum iranischen Delta ist das mittlerweile so, der der ganze mesopotamische Raum definiert. Das Gilgamesch-Epos gibt es in verschiedenen Sprachen. Alt-Babylonisch, Mittel-Babylonisch, Neu-Babylonisch, Heditisch, Akkadisch und Huridisch. Wobei Akkadische, Heditische und besonders die Huridische Versionen nur sehr in Bruchstücken vorhanden sind und gefunden wurden. Vielleicht findet man irgendwann dann noch komplettierte Versionen dieser Sprachen. Nicht alle dieser Sprachen sind semitisch, aber Babylonisch und Akkadisch sind semitische Sprachen. Also gehören in den Sprachraum, in den auch Arabisch und Hebräisch reinzusetzen sind. Sprich, da kennt man quasi Parallelen bei den einzelnen Wörtern, nicht bei allen. Die besterhaltene Version ist eine von Asurbanipal, einem Herrscher aus dem neubabylonischen Zeitraum. Neubabylonisch, wie kann man das definieren? Ja, so zwischen 300 vor Christus bis, wenn ich mich nicht allzu sehr ehre, 600, 700 vor Christus. Das ist so der neubabylonische Raum. Und der Asurbanipal war gebildet, er hat sich auf dem Ziel gesetzt, große Bibliotheken aufzubauen. Und diese haben überlebt in Niniveh, das man dann gefunden hat. Und da hat man auch die besterhaltenen Versionen von Gilgamesh-Epos aufgefunden. Von denen man halt richtig schlau wurde. Andere Versionen waren halt so bruchstückhaft, dass man nicht genau wusste, wovon jetzt überall geredet wurde. Der Epos bestand ursprünglich wohl nur aus elf Tafeln. Und in der babylonischen Zeit insgesamt wurde eine zwölfte dann angefügt. Die zwölfte Tafel beinhaltet Gilgameschs Suche nach Enkido. Wer Enkido ist, erfahren wir dann gleich, in der Unterwelt. Man sieht da klare Parallelen zu der griechischen Mythologie von Demeter, beziehungsweise ihrer Tochter Persephone, die auch in die Unterwelt verschleppt wird und dann jeden Frühling für eine kurze Zeit raus darf, etc. und die Mythologie dahinter ist halt, dass Persephone halt den Frühling darstellt, ganz einzig. Das heißt aber auch, dass diese Geschichten dann weit verbreitet waren? Die waren auf jeden Fall weit verbreitet. Also im ganzen Mittelmeerraum, auch die Römer hatten bestimmte, genau die gleichen Geschichten, einfach mit, auch die gleichen Götter, einfach völlig andere Namen. Und halt bis nach Ägypten hat man ähnliche Geschichten. Also das ist überhaupt nichts Neues. Die Frage ist halt, was die älteste Version ist. Und es ist am ehesten halt plausibel, dass wirklich Mesopotamien, also dieser Raum zwischen diesen beiden Flüssen, Euphrat und Tigris, am frühesten besiedelt wurde und da diese Mythen als erstes entschuldigen. Wobei, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen dieses Sprachwissenschaftlers, der sagte, Donaukulturen, also einige Kulturen, die an der Donau angesiedelt waren, schon vor 8000 Jahren auch so eine Art Schrift aufgebaut haben, aber halt, weil dort das Land viel weniger Trockenheit hat, konnten die einzelnen Schriften, wenn sie welche hatten, nicht so gut überleben wie im trockenen, halbwüstlichen Gefilde von Mesopotamien. Weil Mesopotamien hatte zwar zwei Flüsse, aber ansonsten war es sehr trocken und man hat dann mit diesen Flüssen das Land künstlich bewässert, sehr früh schon die Agrarkultur genutzt. Das Gilgamesch-Epos selber kann man zu Recht aber als erste echte, vollständige, niedergeschriebene Mythos betrachten, trotz kleiner Lücken von einzelnen fehlenden Worten in den verschiedenen Versionen. Gilgamesch selber muss also ein Sumerer gewesen sein, weil er in Uruk gelebt hat und Uruk war nun mal eine sumerische Stadt. Die gut erhaltenen Versionen des Epos sind aber in semitischen Sprachen gehalten, einige tausend Jahre später. Das bedeutet, man hat die sumerische Kultur gekannt, man hat sie sehr geschätzt, weil man viel davon übernehmen konnte, viel Wissenschaft man schon übernehmen konnte. Also diese sumerischen Sprachen und Kulturen hat man sehr geschätzt im semitischen Sprachraum etc. Was darauf schließen lässt, man nahm die Geschichten halt sehr ernst allgemein und betrachtete sie ja als würdige Literatur. Dass sogar in Schulen von den Babylonien diese als eine Art Pflichtlektüre gehört, die Geschichte von Gilgamesch insbesondere. Woher man das weiß, weil man Beschwerdebriefe von Schülern auch gefunden hat, die gesagt haben, quasi in kurz, das würde sie langweilen, diese Geschichten ständig wieder weiterzuschreiben. Warum ich das erwähne, ist einfach, die sumerischen Götter und die akkadisch-babylonischen waren von den Eigenschaften her zwar identisch, hatten aber, da die Sprache eine völlig andere war, nebenbei genannt, sumerisch ist wirklich eine komplett isolierte eigene Sprache. Also man hat keine anderen Sprachen gefunden, die ähnlich sind mit sumerisch. Was sehr interessant war, weil das bedeutet, irgendwie wurde diese ganze Kultur eigentlich an einem Punkt von irgendwas ausgerottet. Das ist komplett, das ist irgendwie sehr schnell ausgerottet, dass sie gar nicht weitervermitteln konnten, die eigene Sprache und die eigene Kultur. Und die Götter waren identisch, einfach mit völlig anderen Namen. So ist Inanna bei den Sumeren, aber bei den Babylonien und Akkadien heißt sie Ishtar. Wer das Ishtar-Tor betrachten will, das man gefunden hat, wo weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube, das war auch Ninive, sollte nach Berlin ins Vorderasiatische Museum gehen. Ich habe vor, noch dieses Jahr auch dahin zu pilgern, wenn man das so sagen will, um mir mal das Tor selber anzugucken. Der Name ändert sich natürlich nicht nur bei Inanna, sondern praktisch bei jedem Gott passiert. Also diese Wandlung des Namens, auch gewisse Aspekte, dass der Gott mächtiger wird oder weniger mächtig und neue Fähigkeiten erhält etc. Wobei Inanna halt sehr beständig bleibt. Also diese Inanna wird dann zu Ishtar und bei den Griechen ist es die Aphrodite, bei den Römern wird sie dann zu Venus. Also diese Gottheit scheint sehr stark zu sein. Ist auch relativ klar, weil die Venus als Planet dann gesehen wurde, physisch am Himmel. Davon kommt ja die ganze Sache. Man sieht diese Planeten am Himmel sich bewegen und da müssen die ja mächtig sein. Und die Venus sieht man halt neben Mars sehr, sehr gut. Gut, in Städten eher weniger wegen der Lichtverschmutzung, aber auf dem offenen Feld, wo weniger Licht von der Erde selber kommt, kann man zu gewissen Zeiten die Venus mit bloßem Auge sehr, sehr gut erkennen. Als Nebenvermerk, Inanna wird angeblich im ersten verfassten schriftlichen und mit Namen unterzeichneten Werk, das wir kennen, erwähnt. Und dieses Werk wurde von einer Frau geschrieben. Ich muss den Namen, Inanna wird sie genannt. Ja, richtig. Eine Frau konnte vor knapp 2700 Jahren vor Mohammed mit Schreibwerkzeug umgehen. Sie war übrigens die Tochter von Sargon von Akkad, einem der bestbekannten Kaiser des Alterstums überhaupt. Ja, der hat heute noch einen YouTube-Kanal. Er hat heute noch einen. Ja, er ist als Modell für die Moses-Geschichte, also steht er bereit. Vor allem halt für die Aussetzung als Säugling in einem Korb auf dem Fluss. Aber Mohammed hat ja die Menschen auf das Schreiben aufmerksam gemacht, nicht wahr? Klar. Naja, wir schauen uns zuerst mal halt nur die Tafel 1 vom Gilgamesch-Epos an. Viel findet man hier noch nicht, dass man übertragen kann auf jetzt die Mythologie im Islam und dass das ersichtlich wird. Aber ich finde, es ist trotzdem interessant und wichtig, dass wir den Gilgamesch-Epos ein bisschen behandeln, damit wir das Gesamtbild dann sehen. Und später halt erkennt man, wo gewisse Aspekte, gewisse Erzählungen dann extrem wichtig werden. Und dann eben Parallelen existieren, das ist es ja. Ja. Als Anfang macht meine persönliche Vorstellung, wie ich mir einen jungen Gilgamesch ausgemalt habe, der im heißen Irak des dritten Jahrtausend vor Christus lebte, als Illustrationsfigur hier. So habe ich mir den starken, mächtigen Gilgamesch... Ich habe einen Sixpack. Ich glaube nicht, dass er, wenn er existiert hat, dass er keinen Sixpack hatte, sondern wirklich irgendwie ein mächtiger Mann gewesen sein muss, wenn die Geschichten irgendwo einen Kern hatten, dass er halt Reisen unternommen hat, gekämpft hat die ganze Zeit. Kannst du ein bisschen rauszoomen, weil die Hälfte ist irgendwie abgeschnitten? Die Hälfte ist abgeschnitten. Kann doch nicht sein. Ich kann schon... Er hat keine Arme und keine Füße. Was, er hat keine Arme und keine Füße? Keine Haare. Keine Haare. Ja, ich kann schon ein bisschen rauszoomen. Nee, viel mehr rauszoomen geht nicht. Ja, schade. Aber das Gesicht siehst du ja, oder? Wenn Google weg ist, weil da ist die Mikrofontaste und alles davor. Wie kriege ich das denn weg, indem ich da hinklicke? Ah, okay, ja, hier sehe ich ein paar Augen. Also auf YouTube wird es korrekt angezeigt. Warum ist es hier bei dir nicht? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist witzig. Aber auf YouTube sieht man... Vielleicht muss ich dann rein oder raus? Nee, das kann ich nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir ihn so vorgestellt. Die erste Tafel beginnt mit der Beschreibung über Gilgamesh, dessen Charakter und Taten. Sehr ähnlich aufgebaut wie jetzt zum Beispiel der Kodex Hammurabi, welcher ja in drei Sektionen unterteilt ist. Zuerst einmal die Heldentaten, dann der Inhalt des Kodex selber, dann am Schluss die Lobpreisung. Im Gilgamesh-Epos hält sich das aber in Grenzen, beziehungsweise es ist alles sehr miteinander verflochten, weil das ja kein Gesetzestext ist. Da es ja um eine mythische Erzählung geht, von einer Legende geht, über eine Legende handelt und, und, und. von wohl einer historischen Person als Hauptakteur in dieser Geschichte. Darum ist das alles zwar relativ ähnlich strukturiert, aber halt viel verworrener miteinander. Gilgamesh ist jung und kein allzu umgänglicher Zeitgenosse zu Beginn. Er besitzt zwar sehr viel Kraft, auch Weisheit und wird auch von seinen Untergebenen respektiert, aber er selber hat kein Ohr für deren Probleme und kümmert sich kaum um seine Leute und beutet sie eher aus für seine gesetzten Ziele. Gilgamesh lässt junge Männer unermüdlich schuften. Er ist darum der Erbauer der Stadtmauer Uruks. Er ist der starke Hirte seines Volkes. Er lässt die Jungfrauen nicht zu ihren Geliebten. Die schuftenen Männer beklagen sich, die Jungfrauen beklagen sich, die Götter vernehmen die Wehklagen. Ich will einen Teil von der ersten Tafel ganz am Anfang auch so vorlesen, wie er halt ein bisschen dargestellt wird. Der alles sah bis an die Enden der Erde, der alles erfuhr, alles kennengelernte, der alle Geheimnisse durchschaute. Die Decke der Weisheit, die alles verhüllt, Verwahrtes sah er, Verdecktes enthüllte er. Von der Zeit vor der Sturmflut bebrachte er Kunde. Er ging einen fernen Weg, sich mühend und quälend, schrieb dann auf einer Tafel die ganzen Mühsal. Er baute die Mauer des unfriedeten Urk. Vom heiligen Eana, dem reinen Tempel, legte er den Grund, der so fest wie Erz ist. Also, warum ich mir das vor allem ausgesucht habe, ist auch wegen diesen zwei Zeilen hier. Die Decke der Weisheit, die alles verhüllt, Verwahrtes sah er, Verdecktes enthüllte er. Weil diese Versionen, die ich ja hier habe, sind von den babylonischen Gilgamesch-Tafeln abgeschrieben und übersetzt. Und ich habe mich gefragt, ob jetzt hier dieses Verdeckte und dieses Verhüllte etc., weil es dem babylonischen semitischen Sprachraum gehört, ob man da vielleicht das Wort Kafir heraushören würde oder herauslesen könnte. Und Kafir bedeutet ja auch eigentlich nichts anderes, als etwas zu bedecken. Und mythologisch betrachtet heisst Kafir, also aus islamischer Sicht wohl bemerkt, derjenige, der die Wahrheit verdeckt hat. Darum ist er ein Ungläubiger. Darum werden Ungläubige heute einfach so schnell mal salopp Kafirs genannt oder Kufar. Daher kommt dieses Wort überhaupt. Und ich habe mich eben gefragt, ob man hier vielleicht noch Bruchstücke vom Wort erkennen würde. Darum habe ich einen Professor in den USA angeschrieben, also er lehrt in den USA, er ist aber Deutscher, der heisst Eckart Fram. Und ich habe ihn gefragt, ob man hier bei diesen zwei Zeilen, ob er mir da weiterhelfen könnte. Ich habe noch keine Antwort erhalten, weil ich ihm auch erst gestern geschrieben habe. Aber er hat mir schon mal geschrieben, ich hoffe, er hilft mir auch hier kurz weiter. Es wäre einfach interessant festzustellen, ob dieses Verdecken von, und mit Weisheit immer in Verbindung steht irgendwie. Also mir ist einfach das wieder in den Sinn gekommen. Woher ich das weiss mit diesem Verdecken überhaupt, das kommt vom Goldzieher, weil der halt das Ganze aufgedeckt hat, quasi, in seiner Mythologie über die Hebräer. Und er hat da als Beispiel genommen den Lot. Weil Lot ist die mythologische Figur für die Nacht. Und er wird eigentlich Kafir genannt. Das ist das Interessante. Der Lot wird eigentlich der Kafir genannt, der den Tag verdeckt. Das ist sehr, sehr spannend eigentlich, dieser Aspekt. Warum Lot zwar aus islamischer Sicht natürlich ein Prophet war, aber trotzdem irgendwie halt mit dem Wort Kafir sehr stark in Verbindung gebracht wird. Oder ist das überhaupt nicht spannend für die Leute? Keine Ahnung. Wo war ich? Genau, also die Männer beklagen sich, die Sturverschuftrungen und die Jungfrauen haben sich beklagt. Der Gott Anu hört die Klagen der Menschen. Die Menschen riefen auch weiter die Mutter Anus. Die wird genannt Aruru. Sie solle doch etwas erschaffen, das ihr Leiden lindert, dass sie doch selbst die Macht besitzt, selbst Anu, einen großen Gott zu erschaffen. Sie solle jemanden an gleicher Kraft wie Gilgamesche schaffen, damit diese mit ihm konkurriere quasi. Anu hört dies und bildet aus Lehm den Enkidu und haucht oder spieh das Leben in ihn. Quasi als Gegenpart zu Ilgamesch. Da sieht man die erste ganz offensichtliche Parallelen auch im Islam, dass Gott aus Lehm den ersten Menschen erschafft. Hier diese Erschaffung aus Lehm von Geschöpfen immer noch stattfindet. Also das ist überhaupt nichts Neues im mesopotamischen Raum. Warum das so ist? Ganz einfach, weil die Leute da selber in diesem Raum weniger Rohstoffe hatten. Also Metall musste immer importiert werden sozusagen aus Gold, vor allem aus Ägypten und andere Erze aus dem heutigen Afghanistan, wenn man das so will. oder noch ein bisschen weiter nordöstlich findet man das Erz dann. Das musste immer importiert werden. Auch mit dem Holz war da nicht viel zu holen. Das gab es dann nur weit im Norden, das Zeternholz. Das wird auch wichtig dann hier in der Geschichte. Die hatten also zum Bauen eigentlich nur Schilf im Süden von Mesopotamien, also am Delta vom Persischen Golf. Da hatten die Schilf zur Verfügung und auch an den Flüssen oder halt Lehm. Das gab es in Hülle und Fülle, Lehm. Und aus Lehm konnte man halt Verträge machen, das war ganz wichtig. Die Verträge mussten halt niedergeschrieben werden. Darum sind vermutlich die ersten Schriften auch eher in Mesopotamien entstanden, weil das einfach war in Lehm, die Schriften niederzuschreiben, die Verträge. und Verträge sind wichtig, also die sind ja bindend. Und darum hat Lehm eine sehr starke, eine sehr hohe Position gehabt bei den Menschen. Und ganz klar auch Häuser bauen. Man hatte nur Schilf für die Dächer und für die Mauern und Wände insgesamt hatte man Lehm und auch für Geschirr, Lehm etc. also das war einfach für die lebensnotwendige, für ein gesichertes Heim, ganz einfach. Gut, wo war ich? Genau, Enkido wird bezeichnet als Kämpfer Rimurtas. Ob das eine Person, ein Gott, eine Region, ein spezifischer Wald, eine Ortschaft allgemein oder eine sonst was ist, weiß ich nicht. Wird einfach nicht erklärt. Enkido ist aber haarig, halbnackt und wild und lebt auch dann mit den Wildtieren auf der Steppe und in den Wäldern selber. Er trug sein Haupthaar wie ein Weib. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht, aber ich denke, es bedeutet einfach das Haar sehr offen, ungeschnitten vielleicht und ungeflochten. Weil die Frauen sieht man auf Reliefs und auf Abbildungen immer irgendwie mit nicht geflochtenen Haaren. Das war irgendwie nur den Männern eigentlich vorbehalten mit diesen gepflegten Haaren. Heute ist es eher ungekehrt, würde ich mal pauschal sagen. Seine Bekleidung wird als wie der Gott der Herden bekleidet, bezeichnet. Ja, also dieser Enkido lebt dann halt in den Wäldern und Steppen und Jäger treffen immer wieder auf ihn. Jäger können aber wegen Enkido kein Wild mehr erledigen, sie kehren stets mit leeren Händen zurück. Enkido zerstört die Jägerfallen und deren Ruben. Ein Jäger beklagt sich bei seinem Vater. Der Vater entgegnet einfach, er solle doch zu Gilgamesch gehen. Diese würde eine Geweihte, vermutlich ist das Ausdruck Geweihte auch gleichzustellen mit einer Prostituierte, denn die Tempel Mesopotamien waren auch immer Freudenhäuser. Das finde ich interessant, wieso immer Freudenhäuser auch in Tempeln waren, weil die Tempel allgemein nicht, was man sich heute als Tempel vorstellte, etwas rein Religiöses, sondern allgemein mit einem Heiligtum verbunden ist, ein Allround-Institut. Auch Gesetze wurden da verabschiedet und Königsdekrete dort niedergeschrieben. Es war mehr ein Amtshaus für alles Mögliche. Er soll zu Gilgamesch gehen, dieser würde eine Geweihte schicken. zu Enkido würde die Geweihte hingeschickt werden. Dieser wird dann ihre Fülle nehmen. Was das heißt, werden wir gleich erfahren. Die Geweihte begleitet den Jäger und er zeigt ihr den Wilden. Sie geht zu diesem Wilden hin und der Enkido nimmt dann ihre Lüste. Sechs Tage und sieben Nächte lang bürstet der gute alte Enkido die Geweihte durch. Also sehr potenter wilder Mann. Nach der gesättigten Liebe wenden sich die Gezellen von Enkido ab, weil Enkido hat die ganze Zeit mit Tieren gelebt, mit den Gezellen vor allem. Die Geweihte will Enkido nun zum Hause des Anu und der Ishtar bringen, nach Uruk, wo auch Gilgamesh einmalig an Kraft erlebt. Enkido stimmt diesem zu, diesem Vorschlag, da er mit dem Gilgamesh zu kämpfen wünscht, um die Kräfte zu messen. Man sieht hier schon irgendwie das Soldatstellen, der Mensch, vor allem der Mann, ist immer auf Kampf aus, immer auf das Messen mit anderen aus. Quasi als natürliche Eigenschaft wird das dargestellt. Irgendwodurch stimmt das auch, ich meine, wir bei dem Weibchen behaupten müssen, durch irgendeine Form. Also gibt die Geweihte einen Teil ihres Gewandes dem Enkido und den anderen Teil benutzt sie für sich selber, damit sie nicht nackt reisen. Sie nahm ihn an der Hand zum Lager der Herzen zuerst einmal, die auf die Geweihte gewartet haben im Lager. Man reichte ihm dem Enkido zum ersten Mal Brot und Wein, die Zierde des Lebens und die Sitte des Landes. Die Zierde ist das Brot und die Sitte des Landes ist der Wein. Die Sitte ist das Zivilisatorische ist, dieser Wein, dass man mit Agrokultur verbunden ist, dass man nicht mehr wild im Land herumirrt, sondern die Zeit hat, um Wein zu pressen. Enkido als Brot bisher gesättigt war und sieben Becher Wein. Er war fröhlich und sein Anlitz strahlte. Er salbte sich mit Öl und war wie ein Edler. Er legte Gewand und Schwert an und griff Löwen an, so wurde er zum Schutz der Hirten. Ich finde das ganz interessant mit diesem Öl als Salbung, weil das findet man sehr oft in der Bibel, dieses Salbe mit Öl und dann ist man edel und dann ist man hochgestellt, ist man dem Himmel näher und 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 auch hier hat die Bibel vermutlich sehr aus den viel älteren Kulturen abgekupft. Warum jetzt das Öl irgendwas mit Salben genau zu tun hat, habe ich mir noch nicht so großartig angeschaut. Kann mir vielleicht einer in den Kommentaren, der das findet, noch vermerken, wenn er darüber mehr weiß. Was heißt der Gesalbte? Christus heißt schon der Gesalbte, aber eben wieso das so ist, warum dieses Salben so wichtig ist, das meine ich, da weiß ich nicht, wieso das selten war. Da waren ja dann Gewürze, da war ja Geruchszeug drin und weiß ich was. Und das war ja dann ein Zugpflastern der Poren, wenn du tot warst. Und dann wurdest du ja erst beerdigt oder verbrannt oder was immer. So vermute ich das jedenfalls. hört sich irgendwo plausibel an. So auf die Kürze. Die Geweihte führte in Kidun ins umfriedete Uruk. Umfriedet bedeutet wohl nichts anderes als dass die Stadt sicher mit den Mauern von Gilgamesch ist. Darum auch der Frieden. Also man hat quasi das Chaos die Gewalt draußen gelassen und in der Stadt ist man dann in Frieden. Sie erzählt ihm erneut von Gilgamesch welchen der Shamash liebt. Anu, Ea und Elil haben ihn klug gemacht. Einfach das Hineinsetzen der Götter und vermutlich auch eine Verbindung der Götter. Shamash hat irgendwas mit Zuneigung allgemein zu tun. Anu, Ea und Elil haben wohl allgemein Wissen, dass sie vermitteln können. Dem Enkido verkündet die geweihte Geschichte über Gilgamesch. Und zwar Gilgamesch selber hat von Enkido geträumt und diese Träume erzählte er dann quasi allen. Auch mit seiner Mutter der Göttin Ninsun redet der Gilgamesch über seine Träume. Ich muss hier auch noch darauf hinweisen, Gilgamesch gilt nicht als reiner Mensch, sondern er war nur zu einem Drittel Mensch und zu zwei Drittel Gott. Und seine Mutter ist eben diese Ninsun, diese Göttin. Auch hier sieht man, dass nichts Neues ist mit diesen Halbgöttern Halbmenschen gestalten. Ganz besonders ist das noch lebendig geblieben bei den Griechen, wo halt jeder Gott auf der Erde rumgepimpert hat, wie nichts Gutes und ganze Herden von Halbgöttern auf die Beine gestellt haben. Unter den bekanntesten zählen der Herkules Herkules ist eigentlich der Überbekannteste, der auch dann später als einer der absolut wenigsten in den Olympen aufgenommen wurde und zum Vollgott aufgestiegen ist. Die Träume finde ich auch noch relativ interessant, darum habe ich jetzt einen davon hier aufgezeigt. Du siehst das vermutlich nicht alles wieder, nehme ich mal stark an, aber auf YouTube wird das alles komplett dargestellt. Also bei mir geht es um, ich ging auf der Straße von Uruk. Dann siehst du die erste Zeile nicht. Meine Mutter, ich sah einen zweiten Traum. Ich ging auf die Straße von Uruk. Da lag eine Axt, die Leute sammelten sich um sie. Die Axt, seltsam war ihre Gestalt. Ich erblickte sie und freute mich. Ich umklammerte sie wie ein Weib und warf sie dir zu stellte sie mir gleich. Die Herrin Ninsun, die alles weiß, sagt zu ihrem Sohne, die Herrin Ninsun, die alles weiß, sagt zu Gilgamesch, Gilgamesch, wenn du eine Axt sahst, wenn du wie ein Weib sie umklammerst und ich sie dir gleichstellte, so bedeutet das einen Starken, einen Gefährten, der deinen Freund rettet. Der, den deinen Freund rettet. Komischer Satz. Seine Kraft wird stark sein im Lande und gewaltig wie eine Axt wird seine Stärke sein. Dieses Enkidu waren seine Träume, sagt jetzt die Geweihte zu ihm. So redet die Geweihte zu Enkidu. Gilgamesch aufsuchen gehen die beiden. Hier einfach schon mal vorausgestellt, Gilgamesch und Enkidu werden auf jeden Fall kämpfen, weil das war ja das Ziel von Enkidu sich zu meschen mit diesem anderen starken Typen. Aber sie werden zu Freunden und darum auch dieser Traum, der vorausgesendet wird, dass dieser Enkidu die starke Axt ist von Gilgamesch. Auch die Liebe quasi wird hier schon dargestellt, wenn du wie ein Weib sie umklammerst. Das wird dann später noch offensichtlicher ganz besonders in der 12. Tafel, wo Gilgamesch selbst für die Seele von Enkidu in die Unterwelt wandert, um ihn daraus zu befreien. Etc. eine sehr starke Bindung wird dann da aufgebaut. Ja, das war es von der ersten Tafel und allgemein Infos über Mesopotamien und wie die Tafeln überhaupt zustande kommen. War das irgendwie ein bisschen spannend? Ja, aber ich bin halt jemand, der das sehr interessant findet, wie diese ganzen Sachen zustande gekommen sind und als Erklärung dient es ja. Natürlich kann man sagen, ja, ist alles Zufall und das war ja alles dasselbe Gott und weiß ich was, aber irgendwie nein, man sieht, dass diese alten Texte, die Tausende von Jahren vor Koran, vor Bibel, vor Tora und so weiter entstanden sind, dass die den identischen, denselben Inhalt haben. Und das ist für mich kein Zufall, sondern das sind, ich stelle mir das immer bildlich vor, ich stelle mir Geschichte bildlich vor und ich sehe halt diese ganzen Wanderer, die zwischen diesen verschiedenen Zivilisationen umherreisen und Geschichten erzählen und diese Geschichten werden dann irgendwann aufgedonnert und werden dann benutzt, um sie als Göttergeschichten hinzustellen und dann irgendwann schreibt man die halt auf und daraus entsteht das Ganze und ich sehe das eine Chronologie und das ist für mich das Spannende. Also der wichtigste Punkt in der ersten Tafel, den man halt ganz klar die Parallelen sieht, ist halt dieses Bilden von Geschöpfen aus Lehm, das muss man also klar sehen, dass überhaupt nichts Neues war im Koran und der Bibel. und man hat aber zu der Zeit, als das niedergeschrieben wurde, hier das Gilgameshepos nichts von einem Mohammed errent, nichts von einem Adam per se, das Wort wurde da noch nicht so großartig benutzt, aber diese Erschaffung aus Lehm ist überhaupt nichts Unbekanntes gewesen. Das sollte sich wirklich, das muss man einfach irgendwo durch akzeptieren, dass hier der Koran gar nichts Besonderes Neues auf die Beine stellt und der Menschheit etwas Neues an Wissen beibringt. Vielmehr ist es so, dass hier einfach wirklich das Abkupfern ersichtlich wird, mehr nicht. Ja, und vor allen Dingen, du siehst ja dann auch dieser Ursprung, der Wortursprung Adam, und was ist denn Leben? Staub und Wasser, das heißt Erde und Wasser, und genau das siehst du ja dann auch in den späteren Texten immer wieder und dieses Einhauchen von Leben, das ist doch genau das, was du immer, immer, immer wieder siehst. Oh, damit wir ein bisschen Islam, ein bisschen mehr Islam haben, noch der Hadith der Woche natürlich, der sollte nicht vergessen werden. Willst du wie üblich eine Verzeihung abgeben? Was machen wir denn heute? 411. 411. Ganz weiter nehmen, 137. Shit. Haben wir da was Spannendes? Hier steht 108. Hä? Echt? die Maus wird gezeigt, aber die Zahl, jetzt habe ich zum Beispiel die Zahl habe ich jetzt hier angeklickt und aktiviert. Da steht 108. Ich sehe es jetzt auch im Hangout. Der Hangout will nicht so wie ich will. Moment. Immer noch. Ich benutze immer noch 108. Ja, ihr müsst mir jetzt glauben, ein bisschen, geht mir auch ein bisschen glauben. Das ist halt die 100. Ich glaube gar nichts. Dann kannst du mal sehen, was Wirklichkeit ist und was Google einem darstellt. Ich lese jetzt den ersten Hadith von der Seite 137 hier habe ich einen Zettel, der mir über den Titel herausragt. Es geht um den Gebetsruf allgemein. Abu Huraira berichtete, der Gesandte Gottes habe gesagt, wüssten die Leute, welcher Lohn ihnen zuteil werden wird, wenn sie zum Gebet rufen und das Gebet in der vordersten Reihe verrichten, so müssten sie immer das Los entscheiden lassen, wer in den Genuss dieser Vorrichte kommt. Würden die Menschen wissen, wie der belohnt wird, der das Mittagsgebet rechtzeitig verrichtet, sie liefen miteinander um die Wette und wüssten sie aber, dass Nacht- und Morgengebet bescheiden, Bescheid, sie würden unbedingt daran teilnehmen, auch wenn sie auf allen Vieren herbeikriechen müssten. Das soll also quasi die Hast du nicht begriffen? Ich habe nichts begriffen. Hier geht es ja darum, er sagt, wenn die Leute halt nur wüssten, wie wichtig dieses Gebet und jenes ist, wie gesagt, beim Ja, welches Gebet? Ja, alle. Ja, ist das ein bestimmtes Gebet? Ist das jetzt dieses Bismillah? Kapiere ich nicht. Nein, das Gebet allgemein, Mittagsgebet, Morgengebet, Nacht, Nachmittagsgebet, hier werden ja alle aufgelistet. Und er sagt halt, wenn die Leute halt nur wüssten, wie toll diese sind, dann bei diesem Gebet würden sie kriechen, auf allen vieren, selbst wenn sie das müssten, beim anderen würden sie halt um die Wette rennen und wieder beim anderen würden sie halt das Los entscheiden, wer da zuvor das beten würde und, und, und. Also hier soll einfach die Wichtigkeit des Gebets allgemein propagiert werden, dass halt im Nachleben dank dieser Wichtigkeit viel mehr Hasanatpunkte verteilt werden würden, was auch immer. Toll. Na gut. Aber er definiert nicht, wie wichtig das wirklich ist, damit die Leute das auch kapieren, damit sie eben auf allen Vieren dann kriechen für das Morgen und Nacht Gebet. Naja. Also dich hat es anscheinend auf jeden Fall nicht überzeugt. Nein, nicht so richtig, nein. So fühlt es jetzt fest. Offensichtlich irgendwie. Ich dachte, ich lasse mir mal nichts anmerken, aber es kommt wohl doch durch. Der Lukas war zwar schnell hier und da ist er wieder verschwunden. Alle anderen, die das noch im Nachhinein hören, bitte weiterleiten diese Sendung, diesen Kanal, Muslime anlocken, die sollen mitreden. Und einen Muslim, da lasse ich jetzt noch was sagen zum Schluss oder also nichts mehr für uns. Nein, mir ist alles vergangen. Ja, ist alles vergangen. Dann lasse ich am Schluss noch einen Muslim reden und zwar Die richtig echte Wahrheit abonnieren. Die richtig echte Wahrheit abonnieren. Ihr habt selbst gehört, der Pierre Vogel hat gesagt, ihr Wahrheit den Kanal abonnieren. Und vor allem mitmachen. Und vor allem mitmachen. Ich werde das versuchen irgendwie auch noch zu schneiden. Das habe ich mir auch zum Ziel gesetzt, aber diese Woche ging überhaupt nichts mit Schnitt etc. Ich hatte Besuch von der Polizei zum Beispiel und das kann ich noch kurz erzählen, hat ja mit Islam zu tun. Wie? Öffentlich. Was öffentlich? Was ich jetzt erzähle? Ja. Es ist ja lustig, die Geschichte ist an und für sich lustig. Aber die Schweizerische Post hat ein Paket öffnen müssen, angeblich öffnen müssen, das kann ich ja nicht überprüfen. Sie hat das so auf einen Zettel geschrieben, sie musste das Paket öffnen für den Zoll und der Zoll darf Pakete öffnen, nachschauen, ob da nichts Illegales drin ist, aber der konnte mir nichts sagen und nichts mitteilen, weil sie das nicht dokumentieren, das ist auch so interessant, wieso jetzt mein Paket so verdächtig erschien, etc. das das war übrigens einfach ein Batteriefach für eine Kamera, sehr gefährlich und die Post hat das geöffnet und die Post ist so nett und will dieses Öffnen mir verrechnen, also die Ware habe ich ja schon bezahlt, also das ist schon mein Eigentum, ist in mein Eigentum rübergetreten, es gehört also mir der Inhalt voll und ganz, da hat die Post gar nichts zu melden und für das Öffnen wollte sie halt 13 Franken, das sind etwa 12 Euro, einfach fürs Öffnen kurz, das hat mir fast auch schon vor Jahren bestätigt, dass das Öffnen nicht länger als 2 Minuten dauert, also sehr happiger Preis für 2 Minuten Arbeit finde ich. Das heißt mal 30 sind 360 Euro die Stunde, nicht schlecht. Ja, du kannst auch abrunden und 300 draus machen und es ist immer noch viel zu viel für die Arbeit und das Problem bei die Sache ist, ich habe nicht zugestimmt, dass das geöffnet werden soll und ich habe keinen Vertrag mit der Post, dass ich diese Dienstleistung in Anspruch nehme, des Öffnens. Die haben rechtlich gesehen gar keine Grundlage. Das wissen die auch, das wurde auch schon von vielen Anwälten anerkannt, bestehen. Das ist aber eine Frechheit. Klar ist eine Frechheit. Dann habe ich dem Postler das Paket handgenommen und gesagt, ich lasse mich nicht erpressen mit meinem Eigentum erst bekommen soll, wenn ihr Geld bekommt von mir, weil so ist die Definition von erpressen. Sich bereichern mit einer Tat an anderen bereichern. Man bereichert sich am aushändigen meines Eigentums für eine Dienstleistung, die ich nicht in Anspruch genommen habe und nicht in Anspruch nehmen lassen will. Das ist eine Riesenbrechheit und das ist ein Thema auch in der Politik. Das ist nichts Neues. Die Post will aber nicht gratis erarbeiten und der Zoll darf aber kontrollieren. Aber wieso ich das zahlen soll, kann mir auch keiner erklären. Ich habe viele Stunden telefoniert und der Pestler war dann der Ansicht, dass er die Polizei rufen soll. Hat er gemacht, habe ich gesagt, kein Problem, rufen Sie die Polizei, ich gehe in meine Wohnung, ich bin ja hier, wir können klingeln. dann haben Sie geklingelt und die Polizei hat auch der Meinung, es sei nicht mein Eigentum, obwohl ich die Ware schon bezahlt habe. Die Polizei hat dann noch schön gelogen und gesagt, der Zoll hätte diese 13 Franken veranlasst. Das heißt, wenn eine Polizei ein Blitzgerät an der Straße aufstellt, um mein Tempo zu kontrollieren, werde ich, auch wenn ich ordnungsgemäß fahre, zur Kasse gebeten, weil die meine Geschwindigkeit überprüft haben. Also muss ich die bezahlen, damit die meine Geschwindigkeit überprüfen, um mir zu sagen, nein, sie sind richtig gefahren. Die haben ja nicht bestätigt, dass ich im Recht bin, sondern die wollten das Paket oder diese 13 Franken. Ja, die haben gesagt, wir mussten das Paket öffnen und haben festgestellt, es ist nichts Schlimmes da drin, also ist alles ordnungsgemäß. Also die Feststellung, dass es ordnungsgemäß ist, lassen die sich honorieren mit 13 Franken. Die Polizei, die hat eigentlich nichts zu tun. Nein, nein, aber die Post. Die Post, ja, die Post ist völlig daneben, meiner Meinung, aber die Polizei hat sich dann hinreißen lassen und wollte mich quasi nötigen, dieses Geld auszuhändigen für mein Eigentum, für eine Dienstleistung, die ich nicht bezahlt, bezahlen muss. Deswegen sage ich ja, wenn jemand mich kontrolliert, dann muss ich dich dafür bezahlen, vor allen Dingen, wenn es grundlos war. Ich weiß ja nicht, ob es grundlos ist, das ist ja das Spannende daran, der Zoll gibt da keine Informationen heraus, die erstens anscheinend rechtlich müssen die keine Informationen herausgeben, weil es könnte ja Koks sein und was auch immer und sie machen auch einfach Stichproben. Also in beiden Fällen ist es für mich einfach belanglos und völlig irrelevant, weil ich weder illegalen Inhalt noch den Service in Anspruch nehmen lassen will. Ja klar, das stößt bei mir ganz sauer auf. Das geht gegen mein ganzes Rechtsverbot. Und ich habe halt diese Erfahrung schon mal gemacht mit der Polizei, dass sie ziemlich auf Recht und Gesetz selber auch scheißen und das haben sie in diesem Fall auch gemacht. Dann habe ich eine Kamera mit runter genommen, als sie geläutet haben, damit sie dann schön korrekt bleiben und nicht da hier irgendwas allzu Dummes sagen. Sie haben halt aber dumme Aussagen gemacht, von wegen der Zoll hätte diese 13 Franken veranlasst und 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 also stimmt einfach nicht. Der Zoll berechnet nichts, der will einfach nur schauen, der berechnet nichts. Moment, der Zoll ist eine Staatsfunktion, du zahlst Steuern, also ist das damit abgedeckt? Das kommt hinzu, aber darauf wollte ich mit den Polizisten, da bin ich auch nicht darauf hinein. Ich habe nur gesagt, nee, das ist Angelegenheit und der Post, die Post will diese 13 Franken, nicht der Zoll. Und die haben immer wieder gesagt, nee, der Zoll will das. Wer hat denn die Rechnung geschrieben? Genau, können sie sagen, ich werde, wenn das rechtens ist, zahle ich das schon, aber die Post hat nun mal keine rechtliche Grundlage. Und das habe ich jetzt alles wieder, das Gespräch mit der Polizei und ich habe dann ihnen auch gesagt, einige Artikel von der Bundesverfassung genannt, die gerade verletzt werden, also meine Rechte verletzt werden und dann meinte der Polizist so, oh Jesus Gott und dann habe ich gesagt, für sie sind die höchsten Rechte der Bürger nicht so wichtig. Ist ja schön zu wissen, dass ich das jetzt auf Kamera habe, als Sprache, als Akustik. Ist schön, dass sie auch von einem Staatsverwalter ist dir jetzt gesagt worden, Menschenrechte gehört, das ist doch für die anderen. Das war einfach ein lustiges Erlebnis und ich habe, wie gesagt, stundenlang insgesamt telefonieren mit der Post und die haben mich hin und her geschickt zur Zollverwaltung und die Zollverwaltung hat dann gesagt, nee, wir müssen zu der Post. Also niemand will wirklich verantwortlich sein für diese 13 Franken, aber Geld will die Post dann eben doch. Also sehr interessant das Ganze, ganz, ganz interessant. Und ich hoffe, dass jetzt Sondereinnahmen irgendwie habe ich jetzt die Hoffnung, dass die Post denkt, sie können mich jetzt da rechtlich belangen, zuerst mal mit Mahnungen, dann vielleicht mit dem Betreibungsamt, nicht Abtreibungsamt, Betreibungsamt, die verwalten halt die Schulden und dass ich da rechtlich so weit vielleicht gehe bis vor Gericht und dann das Gericht entscheiden kann. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz haben die Menschen halt irgendwo durch viel zu viel Angst vor der Staatsgewalt. Überall. Ja, klar. Vor allen Dingen in den Staaten, da werden Leute verhaftet. grundlos es gibt kein Gesetz, was irgendwie dafür sprechen würde, dass dieser Mann verhaftet wäre, diese Frau verhaftet werden sollte. Der geht vor einen Richter und der Richter sagt dann, naja, die Polizisten werden schon einen richtigen Grund gehabt haben und verdonnert einen. Dann geht das vor ein Schöffengericht, oder heißt das Schöffengericht? Wenn Leute darüber entscheiden, Laien. Ja, Schöffen. Friedensgericht, Friedensverhandlung, irgend so was. Wenn da acht Leute sitzen, acht Laien, die berufen werden. Das gibt's bei Deutschland und der Schweiz halt nicht mit den... Okay, auf jeden Fall. Und da hat dann einer gesagt, die Verfassung der USA gilt nicht, wenn es um die innere Sicherheit geht. Das heißt also, dann müsste jede Auskunft über alles erteilen und sich jede Durchsuchung sofort gefallen lassen. Es geht ja um die Sicherheit. Das heißt, die Menschenrechte sind dann ausgeschaltet. Der Polizist muss nur das magische Wort innere Sicherheit sagen. Danach ist alles erlaubt. Du darfst gefoltert werden, du darfst durchsucht werden, du darfst alles. Es gilt nichts mehr. Und mit dieser Auffassung gehen die Leute durchs Leben. Das muss man sich mal vorstellen. Das war jetzt eben meine Geschichte mit der Post und der Polizei. Sie wollten entweder das Päckchen oder das Geld. Und ich habe gesagt, sie können ja versuchen, das rechtliche Hand zu haben, da müssen sie dabei einen Zivilprozess in Gang setzen. Naja, viel Glück dabei, wie das laufen soll jetzt. Jetzt habe ich die einzige Befürchtung, die ich habe, dass dieser Pössler, weil der halt seinen Job macht und Mittäterschaft begeht, ob er jetzt das sieht oder nicht, ist mir selber jetzt egal, dass der jetzt so sauer ist, dass ich ihn von seiner Arbeit abgehalten habe, dass er mir, keine Ahnung, Post vorenthält und meine Briefe wegschmeißt. Da habe ich die einzige Rechnung über das Beantworten eines Telefons. Über was? Die Rechnung? Nochmal. Er hat ja ein Telefon beantwortet. Nee, die Telefonnummer ist ja genau für das da. Ja, aber das Telefon auf seinem Tisch hat geklingelt und er hat den Hörer abgenommen, hat dadurch eine Aktion gemacht und hat dadurch sein Gehirn angeschränkt und das musste jetzt berechnet werden. Kann er machen, ich traue denen alles zu. 13 Franken und 50 Rappen für Telefonberatung. Telefon. Ja, weil das vielleicht irgendwo in den AGBs auf der Homepage noch steht. Sobald man die Nummer anruft, wird das auch besser. Ich danke jedem Zuschauer auch für diese amüsante Geschichte am Schluss. Bis zum nächsten Mal. Die richtig ist die Wahrheit abonnieren.